Hallo liebe Community. Ja, ich stehe jetzt hier gerade schon eine ganze Weile. Ich bleibe hier gerade mal im Raum. Das ist ja auch was ganz Neues. Ich habe jetzt schon einige Entscheidungen halt durchextaziert. Ich hätte gerne noch ein paar Achievements gesammelt hier, muss ich zugeben. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn noch ein paar Achievements aufgepoppt wären. Gut, natürlich ist der Weg das Ziel, wie das Game ja auch selber ist, schon impliziert. Mir fehlt aber in der Tat so ein bisschen so, so, so. Ich werde, man wird die ganze Zeit so ein bisschen belohnt für die Dinge, die man tut. Ne, es ist halt so durch, durch, durch eine neue, durch einen neuen Kommentar und so. Ähm, aber wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Warte, Stanley hat sich gedacht. Bin ich sicher, dass die Orte in die Tür stoppen? Wie ist das möglich? Sie haben nie zu stoppen. Sicherlich war ich verstanden. Ja, die, der Narrator ist natürlich ein zentrales Element von diesem Game. Nein, das zentrale Element. Weil es spiegelt ja im Grunde den Plot wieder. Input Received. War das das letzte Mal auch dieser Monitor? Warte mal. Ist das mittlerweile schon... Ey, warte mal, ist das schon auf zwei? Oh, das wäre interessant, wenn man das mehrfach anklicken könnte. Das wäre mal eine Herausforderung, weil letztes Mal war es, glaube ich, auf eins. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich müsste es selber noch mal angucken. Ich nehme mir gerade alles einem Stück auf. Wenn Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Klar. Ich bin ja schließlich ein guter Mitarbeiter. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find a not coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean, Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Two, eight, four, five. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich gebe es mal falsch rein. Geben wir es mal drei mal falsch rein. Zwei, eight. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was two, eight, four, five. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Und es gibt echt nur einen Button, den man mal anklicken kann. Das ist natürlich auch so ein Teil davon irgendwie... Mir fehlt so. An einigen Stellen hätte ich gerne mehr Interaktion. Aber die Interaktion findet ja halt aufgrund eben diesen Entscheidungen statt, die es halt hier gibt. Aber ich hätte gerne mehr zu machen. Aber kann auch sein, dass ich gerade einfach wieder so viel Koffie in dem Körper habe, dass ich irgendwie das Bedürfnis nach Aktionismus habe. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Although this passageway had the word Escape written on it, the truth was, that at the end of this hall Stanley would meet his violent death. Och, das wäre doch schade. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Gestorben sind wir ja schon ein paar Mal. An diesem Punkt macht Stanley einen wunderschönen, konzerteten Effort, um nach vorne zu gehen und williglich seine Todeskontrolle zu treffen. Hm, gucken wir mal. Vielleicht landen wir ja wieder am... Yay! Und Frost wurde halt recht. Als die Maschine wurde in Bewegung, und Stanley nahe und nahe an seine Todeskontrolle zu seiner Todeskontrolle, Nein, er ist noch nicht vorbei. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, is ja gar nicht passiert. Das ist irgendwie cool. Und yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Alter, das ist schon abstrakt, ne? Não, das istbug schon das. Uh-a-a. Seeoffice Ja, das ist Das ist echt abgefahren Das gefällt mir gut, was soll ich dazu sagen Es ist halt wieder so ein weißer Meta-Raum Also das Wort Meta fällt hier sehr sehr häufig Weil Meta bedeutet ja im Grunde Dass man eine Dass man eine Oh, das ist ja schick Dass man eine Art Trans Eine Art Übergerichtete Sichtweise einnimmt Und das macht das Game ja ganz massiv Greenlight Ach ja, Greenlight, genau Warzone Ja, genau Early in development Designed an ending Where Stanley would enter Battlefield fighting aliens The action game would become sentient And would wage a war Against the narrator Realized shortly after starting to build it That it was for to joke And on the nose For the tone of the game Plus some people interested It as making fun of people Who like shooters Which was not our intention Yeah, that's is Richtig Stimmt Narrator emails The trailer we sent out We asked people to email the narrator for questions While we had intentionally planned Here's a selection of those emails Are you a rock? Das ist ja echt abgefahren The launch The early version of the launch Cargo lift The cargo lift Was always intended to offer The choice On Different paths However The early version of the launch The option of Falling to the death Nee, ehrlich gesagt Hätte ich Dann wäre ich nämlich Ganz gerne auf einem Auto gelandet Und unten weitergelaufen In der launch Ist ein Event Okay Das probieren wir dann auch nochmal aus Äh Solche Teile habe ich ja noch gar nicht gesehen Cool, äh Sending The game is now paused Beginn the game again Resume the game Options Return to Escape menu Mhm Gehen wir mal weiter Pff, das ist ja echt abgefahren hier Trailers Äh, ja Schön Ich bin jetzt irgendwie so in der Credit Zone hier Ähm, ja Hier waren wir schon Hm Hier links Sind wir glaube ich Noch nicht lang Hier kommen wir jetzt wieder zurück Exit Ja, pff Gehen wir da jetzt lang Oh, look at these two Sometimes these things cannot be seen But listen to me You can still save these two You can stop the program before they both fail Push escape and press quit Und look at these two There's no other way to beat this game As long as you move forward you'll be walking someone else's path Stop now and it'll be your only true choice And whatever you do, choose it Don't let time choose for you Don't let time choose- Ich bin nicht tot Ich hab mich geduckt Ähm, ja Hallo Game Ähm, hallo Game The game is to post Ja Äh, was nu Hä? Das check ich gerade alles nicht Ähm, ich glaub wir halten das Game erstmal besser an, ne Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao